moin moin und herzlich willkommen zurück zu lost in random und wir befinden uns jetzt hier in dreiheit und zwar sind wir hier sieht man schon gebiet des grafen des herzungs baroness wir müssen halt drei gegenstände jeweils von den drehungen und auch noch die mörderwaffe das finden wenn wir rausfinden die meisterplanerin heißt tut sie stund hey we don't choose our names our parents did oh well the nanny for tuna renamed me after my previous master was murdered i hear she likes tea every day i watch the battles and come up with the most thrilling stratagems for the next day the only thing i can't predict are the rolls of the queen's dark dice but everything else i know wie lautet dein geheimnis observation my dear girl which leads to knowledge knowledge to coin a phrase is power i just invented that saying right now here let me give you an example every day the dice is roll and every day one of the colossus move is how the winning colossus brings most of the robots with it and that leaves the area behind safer to traverse do any of the triple uses information perhaps attacking from behind on the day the dice willst du erst der baroness sagen by the order of nanny for tuna i am not to work for either of them although i would be interested in learning more about the triplets for observation cool werde ich machen er sieht doch auch wichtig aus hier ich bleibe erst mal hier du verschwindest wohl gerne meine zeit naja viel mehr habe ich sowieso nicht zu tun und weitermachen wir gehen nachher über die schwerterbrücken aber lass uns einmal gucken ob wir jetzt noch was anderes machen können also die schwerterbrücken da geht es einfach mal runter ich gehe mal nach diesen weg hier ich habe eine idee das mal auf dem auf das ding jetzt kommen wir da rüber das noch mit gebiet des grafen ich glaube nicht dass wir die attentäter sind beziehungsweise die killer sind auf die warte wir haben noch eine kohle wieder eingesammelt aber okay ich bin auch schon kohle bevor wir da was kaufen wenn wir ihn jetzt mal weiter ich bin auch schon mal noch eine karte holen ich gehe doch doch noch mal hin gucken wir karte bekommen bei mani ja angriffskarte wäre nicht gut also ganz gut hand der schattenmanns der schattenmann vergiftet events waffen jeder tag vergiftet den getroffenen gegner dieser zauber hält 30 kunden lang an dann müssen wir natürlich gucken dass wir die auch benutzen dann können wir gucken was wir wegnehmen können hier spielleiter nehmen wir mal raus wir nehmen dann mal die heilung rein finde ich viel besser ja wissen wir haben wir extra gemacht so hat mir viel gequatscht du liebst den grafen kann es sein dass du die augen vor der wahrheit verschließt okay okay dann sitzt er ja bei jungen hat es noch ein bisschen geld ja hallo treffe ich das nicht so noch mehr zu holen nein mal sehen was er von uns hält wenn wir da zu ihm ankommen wir müssen uns ja eigentlich mögen wir sind ja ganz nett wir wollen ja auch nichts schlimmes kommen wir da durch nein noch nicht ich glaube da kann aber schon hin okay noch können wir nichts machen wir gehen mal zu ihm hin und reden mal mit ihm okay vielleicht auch nicht wir wollen nicht wir sind die wir sind Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh Das ist natürlich ein bisschen taktischer an, als hier Weil ich könnte natürlich da ich sie auf die Tür stellen Okay, werde ich erstmal gucken, ob wir was wir machen können Ähm, den Drehersteller auf jeden Fall Nicht den nicht Aber wir können zum Beispiel ein Leben nehmen So, pass mal auf jetzt Oh Oh Oh, naja, einfach nur den, den Peri-Mann Oh 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 Ah, komm schon. Ich bin ernst. Jetzt seid ihr beide dran. Oh, wir können sogar ein Dreier machen. Machen wir einfach den Fluch und das Dreier schmelt. Ach man, und der soll ich treffen? Mit wem treffen überhaupt? Warte mal. Was haben wir denn noch so? Okay, bauen wir nicht. Ah, ich bin noch ausgeglichen. So. Und jetzt soll das noch ein und dann? So. Na ja. Könnte ich mein Leben noch haben vielleicht? Heilt locker ist auch nicht schlecht, ne? So. 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 Jetzt auch. Finished. Ich muss mal noch heilen, ja? Ich muss mal heilen, solange die Heilglocke hier rumfliegt. Oh, komm schon. Okay. Komm mal hier. Komm mal hier. Komm mal hier. Komm mal hier. Wir werfen. Wir werfen. Ich finde ich ganz geil den Fluch. Machen wir noch einmal. Dann machen wir den noch. Und dann schnappen wir uns. Obwohl, den können wir gar nicht. Ich hab noch Nadeln da. Wie kann ich die Nadeln? Nee, das will ich nicht haben. Ich will das Leben für den, beim nächsten Mal haben. Ja. Das ist doch gut. Gut, das lassen wir. Ja. Jetzt hab ich dir das genommen. Das war natürlich dumm. Wollte ich eigentlich. Ah. Ja. Oho. Wir können direkt werfen. So. So. Hier noch einmal? Ja. Muss doch alles geben sein, oder? Nein, natürlich nicht. So. 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 Hier ist noch ein Mist. Okay. Mann, das ist auch ein ganz schön langer Kampf hier. kann das sein aber den bauern wir hier behalten und wir machen ich bin ja nicht so viel geile sachen nutzen da kommt nur eine bombe ja schon lang ist ja schon lange wie heißt das lange spiel müsste letzte das letzte gewesen sein oder belohnung hand des königs nein nein ich möchte dass du für mehr lebst stopp ich will helfen krieg zu werden was glaubst du wo ich gerade herkomme ich bin kein attentäter mann ich möchte einfach nur den krieg brauchst du irgendwas graf die leibwächterin ist tot die ist ja nun mal nicht tot nischke war auch deine leibwächterin weißt du was mit der tat was passiert ist nein wer ist graf schmuh die third of his name yes he was stolen from me by the vicious baroness my mini of a sister schmuh is like a sun to me and i haven't been able to sleep since he was taken do this for me and i shall give you something hmm how do you like ich sag mal das nicht gelieb der krieg läuft nicht gut okay also bis dann etwas das bei nischke eine erinnerung auslösen könnte das können wir hier durch ich dachte alle im hochwert haben lieben ihn falsch gedacht würdest du gerne mit jemanden verkehren der unter jedem blatt und hinter jedem geräusch einen attentäter vermutet ich habe gehört er hat solche angst vor seinem schatten dass er ihn abschneiden ließ echt toll dass dieser mann für uns alle verantwortlich ist was weißt du noch über den grafen das klingt jetzt verrückt ich weiß nicht warum ich das gesagt habe hier klingt alles verrückt er hat einen imaginären freund namens schmuh der verschwunden ist er wird vermisst er verliert seinen imaginären freund sei vorsichtig kleine okay also imaginärer freund ist natürlich blöd was haben wir schon für platz gesorgt hier oder was so sieht es aus hier in dreihalt ok weg ok 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 sowie ok ok κ in ok i hier brauchen wir über einen schlüssel schlüssel benötigt okay schon was kaufen wir sind wirklich viel da hat noch ein bisschen sorry so das ist ein bisschen gefährlich aus hier hello evan wo er kennst du meinen namen sieh sie gut ihr ist dill not asking the right questions so wonder if you can help me even my sisters the children of the king on the only triplets in freedom in the middle of this war my twins disappeared unlike q i feel like a part of me is missing can you find them for me is in the house that's not important you'll know them when you see them Ich muss mehr erfahren. Wenn du sie findest, sagst du sie, dass du mich auf dem Sicherheitsplatz, über den Schwertbritzen findest du uns da, wenn wir alle gesammelt werden, und ich werde etwas für dich haben. Du findest uns in den Teapoten, in den Trenchen und unter dem Grund. Ich hoffe, dass ich dich wieder sehen werde, Yvonne. Na gut. Kleine Mission noch bekommen. Kleine Mädchen haben auf dem Schlachtverdeckts verloren. Zum Glück bin ich sowohl robust als auch freundlich genug, dich überall dorthin zu überleiten, wo du schon warst. Und sagst du, wohin willst du. Bleib einfach hier. Okay. Der kann uns dann irgendwo hinbiegen, wahrscheinlich. Ganz schnell. Ganz schnell. Ganz schnell. Gebiet des Herzogs. Okay. Gehen wir mal zum Herzog. Ah, das ist der Herzog. Entschuldigung, Herr. Aber Ihr mid-afternoon cake war in der Chefs' Oven. A cake flambe? Oh, how delightfully decadent. Ich werde das ganze Sache nehmen. Aber, sire, ist es zu einem krisp. Oh, ein neues Flambe. Ich habe nicht seit Jahren erlebt. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Ich habe immer noch ein Show. Und die Horrors der Krieg haben manchmal durch die Artikel, die der Duke hat gestrickt. Aber wenn er es niemals verstanden hat, hat er sicherlich niemals gezeigt. So. Okay. Ich würde sagen, den Herzog, den geben wir beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, Ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Tschüss. Bu switched. Bis zum nächsten Mal.